Hallo Leute und da sind wir wieder bei Super Meat Boy. Es hat's nicht gespeichert, das heißt ich musste alles wieder ein bisschen neu machen. Und erstaunlich, es hat gar nicht so lange gedauert. War ziemlich lustig. Naja, aber jetzt sind wir hier wieder beim Lavendelduft. Ja, und ja, und nein, und hey cool. Yeah. Vielleicht schaffen wir das, oder? Ja, das ist ein guter Witz, ne? So. So, ich weiß nicht, ob man da unmittelbar Zeit hat, weil er hat ja irgendein Wunsch-Knopf gedrückt, der alles gut macht. Und, scheiße man, ich kann's euch nicht glauben. Na, 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 weil, war so klar, oder? War so klar, oder? Naja. Dein Nordsee gestoßen. Mach Mut. Mut, boah, genau. Aber ich muss zum Wecker, was alles für Schichten geflossen sind. Gäste, für euch, ist bestimmt nur ein kurzer Cut. Ja. Ja, das ist nett. Danke. So. Und die Tür ein. Boah, das war die Klingel. Hört sich bestimmt ziemlich alt an. Moment. Kommt aber da, kommt aber auch ein sehr schönes, altes Haus. Ja, genau. Da war die Klingel auch nicht so. Und da sind wir wieder. Beim Motoröl-Stank. Ach, nie, ey. So. Ja, genau. Ja. 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 Oh, 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 oh. Nein. Nein, 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 nein. Ja. Leute. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, aber... Ich habe das Level geschafft. Ja. So lange hat es jetzt gar nicht gedauert. Ja. Was ist los? Nein. Scheiße. Nein. Nein. Los. Los. Go. Super Meat Boy. Super Meat Boy Boy. Nein. Shit. Ja. Hey. Cool. Wie geil ist das denn? Mein Bro. Oh, die Musik. Ah. Nein, 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 nein. Nein. Shit. 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 Ah. Ein geiles Ende. Muss man nichts sagen. Ein tolles Ende. Was wird denn das? Super we call. Team me. Yeah, die Credits. Das lassen sich mal durchlaufen. Oh, Timmy. Boah, Timmy lebt noch. Wie geil ist das denn? Da sehen wir ja echt wirklich alle nochmal, oder? Timmy, was geht? Timmy hat überlebt. Timmy lebt, ja. Ja, zum Spiel. Okay, cool. Ah, Junge. Shit. Dann zum Spiel. Es ist ein richtig gutes Spiel. Ein paar Potage sind schwer. Aber ich glaube auch, dass es richtig vorher, also ist auch richtig bedacht worden. Oh, Brody. Ja, er lebt. Wie geil ist das denn? Ach, komm schon. Der Toilette hat Scheiße erschlagen. Das ist Ironie, oder? Er schlagt in einer Toilette. Der Toilette. Yeah, und da sind all unsere ähm Toten Freunde. Geil, so. Ja, blink mal. Das Spiel ist ziemlich lustig. Man kann spielen. Macht auch sehr Spaß. An manchen Potagen, da regt man sich einfach nur auf. Aber es ist und bleibt Ein lustiges Spiel. Man sieht es hier so schön. Super Meat Boy. Das Spiel. Ich hab immer versucht, irgendwie lustig rüber zu kommen. Also, so hab ich's. So hab ich's. So hat's angefühlt. Für mich halt. War immer lustig. War halbwegs auch gut. Die Story, die war auch richtig gut. Auch wenn es eher so ein Super Mario-Klau ist. Aber ich muss sagen, Spoil Meat Boy hat mir besser gefallen als Spoil. Ha. Als Spoil Mario. Ja. Das Ende. Ich bin jetzt herausfordernd. Auf meine Welt. Yeah. Genau. Oh. 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 Was geht denn ab? Eine pinke Welt. Doch der Vite Slip doch. Oh. 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 Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, was wird denn das, und die Musik, ach du Scheiße. Was geht denn ab? Ich war ein leichter Sprung, ich fail da, was geht denn ab? Alter. Ja sicher. Ähm, ja, Banage Girl halt, ne, was muss ich mir sagen. Super Meatball wurde diesmal entführt. Geil. Ach du Scheiße, wie soll das gehen? Ne sehr lustige Idee jetzt. Sehr, sehr lustig. Aber auch verdammt schwer. Das ist für die Leute, die noch nicht in der Therapie waren, weil die das Spiel relativ leicht durchgespielt haben. Dafür wurde das jetzt gemacht. Ach du Scheiße. Oh die Musik, Pink, Hintergrund, alles geil. Geil, geil, geil. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das durchziehen soll, weil das wird dann echt nochmal sehr lange dauern. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Ja, ich glaub das hat genug gesagt. Und ich verabschiede mich. Falls ihr dieses Level sehen wollt oder auch die Dark World oder die ihr sehen wollt, dass ich alle Warpsons oder so mache oder dass ich einfach sehen wollt, dass ich weiterspiele. dann schreibt es einfach. Ich mach es dann einfach. Wenn ihr es wollt, dann mache ich es. Ganz leicht. Und wenn nicht dann... Ciao, haut rein. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play. Das dann sicherlich nicht Super Meatball heißt, sondern irgendwie anders. Logisch, nicht wahr? Nun gut, also haut rein. Ciao.